Ich denke, sie spielen kompakt und zusammen spielen. Sie sind sehr gut in der Defensive und in der Offensive. Ich denke, wir müssen ein gutes Spiel spielen und wir müssen kompakt bleiben. In Frankfurt ist es nicht einfach. Aber ich habe die Hoffnung für dieses Spiel und ich denke, wir können gewinnen. Eine sehr gute Mannschaft, die sich den internationalen Platz letztes Jahr erreglich verdient hat. Und dies Jahr natürlich auch bestätigt. Wenn du in einem Sechzehntelfinale im K.O.-Spiel 2 zu 2 in Porto spielst, dann hast du einfach die Qualität dazu. Von daher kann man nur Kompliment sagen, hat es Frankfurt sehr gut gemacht gestern. Wir haben ein wichtiges Spiel gegen Frankfurt. Wir müssen von der zweiten Halbzeit gegen Gladbach beginnen. Ich denke, wir haben einen guten Job gemacht. Wir können drei Punkte in diesem Spiel nehmen. Das ist sehr gut für unsere Hoffnung und natürlich für die Tabelle. 6 7 1 7 Ganze